Hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier in der, äh, ja, Hölle, 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 würde ich mal sagen. Vielleicht geht's jetzt ja besser. Schauen wir mal. Concentration, please. Ja, 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 alles gut. Kopf nach oben. So, jetzt wollen wir mal richtig hinsetzen. Mein Mausfett zurechtrutschen. Weil ich das irgendwie komischerweise mit einer blöden Angewohnheit immer irgendwo hinschiebe. Verstehe ich auch nicht, warum ich das mache. So. Und jetzt? Ha. Ähm. Was? Was, was muss ich denn jetzt machen? Ich werde schon wieder verbrennen. Ich meine, was muss ich machen? Hey, ich seh hier was blinken. Kann ich das nicht auch einfrieren? Nein. Ach, mein Mag. Der Spock-Buck-Buck-Buck-Feuerbällchen. Uh. Ich meine, ich krieg das ja da am Anfang nicht hoch hier. Wie soll das denn gehen hier? Mal im Ernst. Ich muss das hier, das kann ich ja nicht hoch machen. Da kommt ja die Lavakacke geflogen. Das kann ich gar nicht so schnell hoch machen, weil ich muss dann... Seht ihr das? Ich muss ja stillstehen, um... Um... Okay, das war zu grün. Mich macht das ganz wuselig. Das geht nicht. Wer hat sich denn sowas ausgedacht, Mann? Das ist doch Kacka. Kacka. Der, 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 der macht ja mein... Ich bin zu früh gesprungen. Okay. Ich meine, was soll das denn? Das kann man voll hochfahren. Fahr gleich. Hä? Hä? Wo kommt denn die Lavasäule jetzt auf einmal? Habt ihr das gerade gesehen? Fahr. 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 Oh, scheiße. Und jetzt? Kann man da hoch? Wo bin ich denn jetzt? Ah! Haha! Maske spritzt, du blödes Ding! Ab geht's! Nach Hause! Geh zurück in deinen Stall oder so! Ja, jetzt kann ich auch nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Meine Güte. Das war ja was, ey. Kammer des Feuers. Na, Prost! Wisst ihr? Ey, sowas... Na, ich mach sowas, ich spiele gerne. Aber wenn ich was immer wieder mache und dann immer so... Dann scheitest du beim ersten Sprung, dann beim zweiten Sprung. Dann kommt das wieder, dann kommt das wieder. Dann weißt du nicht, was du machen sollst. Dann... Das macht mich immer ganz... Und jetzt? Was ist denn jetzt los? Aha. Aha. So ist das also. Oh, mein Stift wird wieder geklaut. Schnell Max hier rüber. Das mit dem Wasser war mir eindeutig Leber. Da musste ich nämlich gar nichts machen. Das kann ich Feuer. Kann ich jetzt über die Sachen verbrennen? Ha? Ha? Feuerteufel spielen? Ha? 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 Das ist pink. Oh! Ich kann Feuerbälle schießen. Rosa Feuerbälle! Jawohl, ja. Rosa Feuerbälle! Ich meine, das wird im Wasser mit der Erde und so. Ist ja schon cool. Aber Rosa Feuerbälle? Ich wäre ja für Rosa Büschbälle gewesen. Im Ernst? Wir machen jetzt einfach alles kaputt. Oh. Alles, was man kaputt machen kann, wird jetzt kaputt gemacht. Boom, boom, boom. Äh. Feuerwerk! Badass! Ja, ein bisschen badass schon, äh. Und da kann man bestimmt auch den, den fiesen Professor mit, äh. Oh, Mann. Au! Ach, das war wieder was Grünes. Was kommt danach? Wie soll denn das gehen? Boom! Das ist ja cool. Warte mal, hier geht's auch noch... Geht's hier auch da lang? Wo geht's hier lang? Ah, zu nem Auge. Ich sag ja, easy Augen, nehm mal mit. 75 haben wir nicht gesammelt. Da war ich zu schlecht zu. Hätten wir vielleicht mal machen können, aber nee, ne? Wir wollen ja wissen, was hier so passiert, wie wir unseren Bruder retten können. Und nicht, was wir hier mit den... Und die ganzen Klubschi-Augen hier irgendwo aus der Gegend rausreißen. Neh. Okay, sollte jetzt nicht so schwer sein hier. Ja, wenn... Wie? Wie auf den Ast übertragen? Wie, also hoch? Ne, im Ernst? Wirklich? Äh. Warte. Eins nach dem anderen. So, hopp. Ja, ja, ja. Wir fallen da schon nicht runter. Alles gut. Hopp. Wir können die auf den Ast übertragen. Toll. Wie kriegen wir das jetzt kaputt? Ist da noch irgendein Ast? So ist es, wenn ich den jetzt kaputt mache? Kann ich den dann auch schieben? Ne, im Ernst. Also. Leichter hätte man es ja auch nicht machen können, oder? Au, au, au. Alle Steine auf den Kopf. Interessiert den nicht. Okay. Kletter bei der Nuff. Tut mir leid. Ich... Oh, Mann. Haha. Was ist denn das jetzt, bitte? Hey, Mann. Hey, Mann. Okay. Bam. Das war jetzt nicht so schwer. Wie ich zuerst dachte. Es hat funktioniert. Ich überlege jetzt gerade. Lass mich, gib mir mal kurz eine Sekunde Zeit. Ich habe vorher eine Aufnahme angefangen und ich habe vergessen, wann ich sie angefangen habe. Das heißt... Okay. Okay. Nur, dass ich jetzt plötzlich nicht irgendwie eine Stunde her sitze und denke, uh, meine Aufnahme ist plötzlich so lang geworden. Na, 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 na. Wir rannen den Berg hoch. Di, 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 di. Ja, das ist ja schwer. Wow. Schwer, schwer, schwer. Für die Leute, die es vielleicht zwischendran vergessen haben, was man machen muss. Wo sind wir? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Wo sind wir? Ach, ja. Okay, dann machen wir jetzt erstmal bumm. Und nochmal bumm. Und Vielleicht nochmal bumm. Was ist da oben? Jesus. Ich meine... Hallo? Können wir da jetzt nicht rüber? Ich seh nix. Wie kriegen wir das denn jetzt kaputt? Verdammt. Verdammt. Wie kriegen wir das denn jetzt da? Okay. Roll mal runter. Hopp. Ich finde es irgendwie nicht cool, wie auf dem radioaktiven, äh... Ding hier stehen. Na... Na ja. Hallo? Oh, man. Diese... Oh, oh. Oh, yeah. Wirklich? Oh, man. Oh, man. Genug Schwung. Oh, wir knallen noch davor gegen den... Okay. Okay. Hat anscheinend funktionieren. Kann ich den auch abschießen? Hallo? Bullseye! Oh. Ähm. Ba-ba-ba-da. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-da. Ja, wir waren noch nie in so einem Gebäude, ne? Das ist auch cool. Oh, oh. Oh, shh. Was mach ich denn da jetzt dann? Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Hä? Seht ihr irgendwas zum... zum... Ding hier? Ich sehe hier was, aber... Sonst ist hier doch nichts, oder? Was ist mir ähnlich, wenn ich mich jetzt hier runterlasse? Okay, dann bin ich tot. Mhm, alles klar. Und jetzt? Ja, und jetzt? Hm? Ist da irgendwas falsch, oder sehe ich nur irgendwas nicht? Oder was ist los? Ich komme ja hier... Hm? Das ist komisch, oder? Habe ich jetzt irgendwas übersehen, oder? Weiß ich nicht. Ich muss noch mal gleich gucken, genau. Ich gucke noch mal, genau. Und so lange mache ich jetzt einfach mal eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Bye, bye. Bye-bye. 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 Vielen Dank.